Starten möchte ich jetzt damit, dir zu zeigen, wie ich das Newstrading für mich persönlich nutze und was an diesem Thema so großartig ist, auf was wir achten müssen und wie du damit auf lange Sicht profitabel handeln kannst. Widmen wir uns aber zunächst der Frage, was der Newstrading im Allgemeinen bedeutet. Dafür habe ich diese Themen wie folgt vorbereitet. Das wären Reaktion des Marktes, Verlagerung von Angebot und Nachfrage, Auswirkung auf den Preis, Momentum, Informationsquellen und zu guter Letzt die Trading-Praxisbeispiele. Der besondere Reiz von News im Allgemeinen und insbesondere zur Quartalsberichtssaison liegt darin, dass Nachrichten Marktbewegungen in die eine oder andere Richtung erwarten lassen und dass der Markt einen bestimmten Ausgang der Nachricht erwartet. Grundlegend sind das in vielen Fällen kursbeeinflussende Dinge. Wir werden uns dabei in den Praxisbeispielen genau anschauen, wie man diese für sein Trading nutzen kann. Aber alles der Reihe nach. Wichtig ist darauf zu achten, dass der Markt auf Nachrichten reagiert. Wir wissen meist nicht vorher, ob der Markt darauf negativ oder positiv reagiert. Das spielt auch erstmal keine Rolle, denn es gibt zwei Möglichkeiten des Handelns. Schauen wir uns hierzu die Vorlage an. Wenn also eine Nachricht beispielsweise um 7 Uhr herauskommt und die amerikanische Börse um 9.30 Uhr oder 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit eröffnet, dann gibt es die Möglichkeit vorbörslich zu handeln oder erst zum Haupthandel um 9.30 Uhr zur Eröffnung. Wichtig ist für uns, wenn wir die Nachricht gelesen haben, die Frage, wann wird der Trade eingegangen? Möchten wir die News interpretieren und dann versuchen sofort zur Eröffnung, entweder vorbörslich zu handeln oder sagen wir, nein, wir warten. Was macht der Markt mit der Nachricht, die gekommen ist? Das heißt, wir handeln erst nach der Eröffnung und schauen, was die Price Action macht. Das sind die grundlegenden Aktionsschritte, wo wir überlegen müssen. Möchten wir die Entscheidung vorbörslich treffen, wo wir nicht genau wissen, was passiert? Oder die andere Variante, und davon bin ich ein sehr großer Freund, nämlich besser zu warten und beim Open zu schauen. Was macht denn der Markt mit dieser Nachricht? Fakt ist, der Markt reagiert darauf. Die Folge, es hat Auswirkungen auf den Preis. Vorteil für uns Händler, wir leben von den Differenzen und da ist es egal, ob die Aktien steigen oder fallen, wir müssen nur auf der richtigen Seite stehen. Die Börse lebt von der Bewegung. Durch Volatilität an den Börsen, unabhängig davon, ob zur Zeit ein Bullen- oder Bärenmarkt herrscht, können sich geschickte Trader goldene Nasen verdienen und laufend Gewinne verbuchen. Volatilität ist der beste Freund eines Traders. Denn ohne Wohler müssten sich die meisten Trader um einen neuen Job umsehen. Wie kommt es also zu den starken Bewegungen? Das ist die Frage. Das liegt daran, dass wir eine Verlagerung von Angebot und Nachfrage haben. Auf dieser Folie, da habe ich dieses Schaubild vorbereitet, damit ich dir die Thematik bildlich darstellen kann. Stellen wir uns vor, das wäre wie eine Wippe und sehr viele Trader sind aufgrund vieler guter Nachrichten sehr longlastig in eine Aktie investiert. Jetzt kommen zum Beispiel negative Quartalzahlen raus. Und jetzt möchten all diejenigen, die long unterwegs sind, plötzlich auf die andere Seite. Wenn sich jetzt viele Trader auf die andere Seite begeben, schlägt die Wippe um, da sich der Schwerpunkt verlagert hat. Dieses darauf zurückzuführen, dass das Angebot höher ist als die Nachfrage. Wenn diesem gesteigerten Angebot keine entsprechende Nachfrage gegenübersteht, muss der Preis nach allen Regeln des Marktes sinken. Diese Verschiebung von Angebot und Nachfrage wird nicht innerhalb einer Minute ausgeglichen, sondern geht dann über einen längeren Zeitraum bis zu mehrerer Tage und das können wir uns zunutze machen. Das ist der Punkt. Die Besonderheit am News Trading ist dabei das Momentum. Anders als im Swing Trading, in dem wir zum Beispiel sehr viel Zeit haben zu reagieren, kommt es beim Handel von News auf die Geschwindigkeit an. Wir müssen die Nachricht lesen, verstehen und dann entscheiden, wann wird der Trade eingegangen. Das heißt, interpretieren wir die News und eröffnen schon eine Position Pre-Market, also vorbörslich, oder warten wir darauf, was die Price Action zu uns spricht, indem wir beispielsweise in die Trendrichtung handeln, die der Markt uns vorgibt. Eins ist klar, bei kursbeeinflussender Nachrichten gewinnt die Aktie an Dynamik und die Volatilität nimmt zu. Wichtige Nachrichten führen dazu, dass sich die jeweiligen Aktien sehr stark bewegen. Auf dieser Folie, da geht es jetzt um die Fragen, warum sind Nachrichten so wichtig und welche Informationsquellen gibt es. Weiterhin ist es sehr wichtig, die Frage zu beantworten, warum reagieren so viele Menschen auf bestimmte Nachrichten. Ganz klar, es wird sehr große Aufmerksamkeit erregt, es werden einfach sehr viele Menschen erreicht. Mein Workflow, der besteht jeden Morgen darin, die Nachrichten und Wirtschaftsdaten zu lesen. Was steht im Internet, auf den verschiedenen Nachrichtenportalen und was sagen die Social Media Kanäle? Bei den Social Media Kanälen muss ich aber anmerken, hier hole ich mir nur Ideen. Dabei gebe ich nicht viel darauf, was die Händler schreiben. Es geht nur darum, Ideen zu bekommen, weil sie vielleicht etwas gelesen haben, was mir entgangen ist. Social Media Kanäle sind für mich eine weitere Screening-Möglichkeit, ein weiteres Paar Augen. Das Fazit und worauf ich hinauskommen will ist, Vorbereitung ist ein fundamentaler Bestandteil im Börsenhandel. Das sollte und muss jeder Trader vor Handelsbeginn machen. Denn so ist gewährleistet, dass wir auf dem gleichen Stand wie im Berufshandel sind. Die Berufshändler sind ja nicht schlauer als wir. Wir müssen nur genauso mit den Informationen umgehen wie Sie. Alle Nachrichten stehen uns genauso zur Verfügung, denn die Berufshändler wissen de facto auch nicht mehr wie wir. Meine Hauptnachrichtenquellen sind finvis.com, seekingalpha.com, finance.yahoo.com und nasdaq.com. Seeking Alpha zum Beispiel hat auch im Menüfeld ein eigenes Register für Earnings. Dort werden die bevorstehenden Quartalsergebnisse von Firmen angezeigt. Somit hast du potenzielle Trading-Kandidaten, auf die du dich zur Eröffnung konzentrieren kannst. Es werden auch Berichte von Firmen geschrieben, wo die Earnings schon bekannt gegeben wurden. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, potenzielle Trading-Kandidaten zu finden. Denn gute oder schlechte Quartalsergebnisse halten lange an. Das bedeutet, man kann natürlich auch am nächsten Tag das Momentum zum Handeln nutzen. Das werde ich dir am Beispiel der Nvidia-Aktie und VRX, Valant Pharmaceuticals, zeigen. Man muss nicht unbedingt am Tag der Quartalsergebnisse handeln. Bevorzugen tue ich es trotzdem, da einfach an diesem Tag die Volatilität am höchsten ist. Welche News sind relevant? Worauf sollten wir achten? Nicht jede Nachricht ist wirklich im großen Maß kursbeeinflussend. Wir brauchen einen Katalysator, einen Zünder. Fundamental und auf die Märkte im allgemeinen Kurs beeinflussend sind Non-Farm-Payrolls. Die Arbeitslosenquote in den USA wird stark beachtet. Darauf schauen viele Investoren. Auswirkungen hat diese Nachricht zumeist auf die amerikanischen Indizes. Hat aber auch auf viele Einzelaktien, Devisenkurse und manchmal auch auf den Anleihenmarkt Auswirkungen. Zinsentscheidungen, ob in Europa oder USA, diese werden von jedem Investor beobachtet. Die FED-Sitzung, EZB-Sitzung und das FOMC-Meeting, auch diese Nachrichten schenken die verschiedenen Marktteilnehmer große Aufmerksamkeit. Diese Nachrichten sind fundamental und global auf die Märkte im allgemeinen kursbeeinflussend. Nachrichten, die im allgemeinen auf Aktien zutreffen und kursbeeinflussend sind, siehst du jetzt auf der linken Seite. Eine Pressemitteilung, ein FDA-Approval, ein Rumor oder bestimmte SEC-Filings ermöglichen uns Momentum-Trader sehr große Chancen. Durch die Zunahme an Volatilität. Aber mehr dazu in meinem Coaching Momentum-Trader, das würde jetzt den Rahmen sprengen. In diesem Video, da geht es in erster Linie um das Trading zur Berichtssaison. Und wir widmen uns jetzt auch den Earnings und dazu sage ich nur eins, kaum eine Zeit des Jahrespaktanleger so sehr wie die Berichtssaison. Immer wenn die Konzerne ihre Bücher offenlegen, sind wilde Kursausschläge vorprogrammiert. Alle diese Bewegungen können wir für unser Trading nutzen und das relativ einfach, da es Nachrichten sind, von denen man schon mehr oder weniger im Voraus wusste, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren werden. Das heißt, wir können hier sehr einfach eine sehr hohe Performance erzielen. Das ist mein Ziel in diesem Webinar, dir zu zeigen, wie man das dauerhaft und duplizierbar anwenden kann. Das Ganze bringt uns sehr große Chancen, als in den anderen Bereichen. Das führt dazu, dass wir eine deutliche Out-Performance gegenüber dem Vergleichsindex erreichen. Mit dem News-Trading haben wir die Möglichkeit, mehr Rendite zu erzielen, als die typischen 6-8% Performance des Vergleichsindex. Viele Trader schaffen nicht mal die Benchmark von 6-8% zu knacken. Wir aber können mit dem Handel von News, insbesondere zur Quartalsberichtssaison, deutlich mehr Performance mit nur einem Trade erreichen. Gehen wir also in die Praxis über und besprechen ein paar Tradingbeispiele. Aber bevor wir das tun, möchte ich dir nochmal zeigen, wann Earnings im Genauen rauskommen. Sie kommen immer ein bis zwei Wochen vor Quartalsende, Januar, April, Juli und Oktober raus. Und immer wenn eben ein bis zwei Wochen vor Quartalsende die Zeit gekommen ist, in der Earnings rauskommen, gehe ich auf die Seite nasdaq.com, auf das Register Markets, dann erscheint dieses Fenster hier und dann klicke ich auf Earnings Kalender. Mit dem Klick auf Earnings Kalender erscheint dann eben diese Seite und zeigt dir alle Earnings des heutigen Tages an. Und wenn eben die Zeit der Berichtssaison gekommen ist, dann gehe ich auf die Seite nasdaq.com und schaue eben durch, welche großen Firmen wann Nachrichten bekannt geben. Dadurch bin ich vorbereitet, weiß wann die News rauskommen und kann eben dann auf diese Nachrichten reagieren und Trades umsetzen. Kommen wir also zu unserem ersten Tradingbeispiel. Denn was nutzt uns die ganze Theorie, wenn man es in der Praxis nicht sieht? Wichtig ist beim Earnings Trading, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum will ich überhaupt in dieser Aktie einen Trade eröffnen? Es geht in erster Linie darum, rational zu entscheiden und gar nichts aus dem Bauch heraus zu machen. Was hat mich also dazu bewogen, einen Trade in AMD umzusetzen? Die Antwort, die lieferte mir dieser Screenshot hier, den ich von Finvis gemacht habe. Und da steht eben geschrieben, um 7.07 Uhr vor Markteröffnung, da kam die Nachricht raus. Unternehmensdaten erscheinen in der Regel immer vor Markteröffnung. Und da steht eben geschrieben, AMD's biggest loss in over 12 years. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres schrieb AMD einen Verlust von 590 Millionen Dollar. Das ist der größte Verlust seit 12 Jahren. Ein Jahr zuvor hatte es noch 510 Millionen Dollar Gewinn gegeben. Das ist ein extrem schlechtes Quartalsergebnis, das hier abgeliefert wurde und hat natürlich dementsprechend viele Marktteilnehmer in Schrecken versetzt. Das bedeutet, ich bin auf jeden Fall short ausgerichtet. Wir können das Ganze auch hier im Tagesschart sehr gut erkennen. Die Aktie eröffnet mit einem sehr großen Downgap und wird dann direkt unter Druck gesetzt. Am Ende des Handelstages wurde dann auch ein Volumen von 250 Millionen gehandelten Aktien generiert. Wir sehen hier sehr hohe Volatilität bei solchen Quartalsergebnissen, wenn diese wirklich sehr negativ ausfallen. Auch hier im 5-Minuten-Intraday-Chart sehen wir eben das Downgap und dann wurde die Aktie zur Eröffnung direkt unter Druck gesetzt, bis sie hier in eine Erholung übergegangen ist. Was ist aber dann im Nachhinein passiert? Die Aktie ist wieder in eine neue Abwärtsbewegung übergegangen und hat hier zwei tiefere Hochpunkte ausgebildet. Wir sehen hier eine Abfolge tieferer Hochpunkte. Das ist bärisch. Dementsprechend habe ich eben meine Order hier am Tiefpunkt platziert, meine Short Order und bin dann eben am Zwischentief in die Aktie eingestiegen. Meinen Stopp habe ich hier auf das Verlaufshoch platziert. Man kann hier an diesem Chartbild auch sehr gut erkennen, dass zwei Tiefpunkte durchbrochen wurden. Einmal das Zwischentief, an dem ich in die Aktie Short eingestiegen bin und dann noch das Tagestief zur Eröffnung. Beim Durchbruch des Tiefpunktes, da ist nochmal Dynamik in die Aktie reingekommen. Wieso wird an dieser Stelle Momentum entwickelt? Was passiert da genau? Ich bin ja schon hier Trend im Trend in die Aktie eingestiegen. Die Frage lautet, kann ich den Kurs da noch beeinflussen? Nein. Wer treibt jetzt den Kurs nach unten? Natürlich all die Trader, die nicht Trend im Trend wie ich eingestiegen sind, sondern eben hier unten am Tiefpunkt. All diejenigen werden ihre Orders am Tiefpunkt platzieren. Das heißt, wenn die Aktie drunter läuft, dann wird das Ganze an Momentum gewinnen, weil hier die Trader aktiv werden, die zum Beispiel auf höheren Zeiteinheiten aktiv sind. Die Kernfrage bleibt immer dieselbe. Wo kann Bewegung entstehen? Das heißt, hier scheint es ganz klar zu sein, dass die Masse der Marktteilnehmer nicht im Markt bleiben möchte, sondern eher die Short-Seite sucht. Du kannst sehen, die Aktie ist dann über den ganzen Tag hinweg schön trendig in einer Abwärtsbewegung gelaufen. Kurzziel bei diesem Trade war bei mir die 10-Dollar-Marke. Wieso aber die 10-Dollar-Marke? Schauen wir uns hierzu erneut den Tagesschart an. Bei rund 10 Dollar sehen wir, liegt der 200-Tage-gleitende Durchschnitt. Dieser wird von vielen Marktteilnehmern beobachtet und dient als eine wichtige Unterstützungszone. Weil sie selbst fundamental ausgerichteten Marktteilnehmern geläufig ist, ist schon allein die psychologische Wirkung der 200-Tage-Linie enorm groß. Und deshalb bin ich eben davon ausgegangen, dass eben an der 200-Tage-Linie eine Gegenbewegung stattfinden könnte. Wie du sehen kannst, hat es auch so stattgefunden. Deshalb ist es sehr wichtig, seine Trading-Idee immer aus dem Tagesstart zu erarbeiten, um wichtige Kurszonen zu erkennen. In diesem Beispiel, da geht es jetzt um die Aktie Nvidia. Anhand dieser Folie möchte ich dir zeigen, dass ich sehr viele meiner Trading-Ideen aus dem Pre-Market-Scanning erarbeite. Wie du zuvor an AMD gesehen hast, eröffnen Aktien meistens mit einem Gap. Auf der oberen oder unteren Seite werden eben sehr wichtige Nachrichten bekannt gegeben wurden. Wenn Quartalsergebnisse veröffentlicht werden, eröffnen Aktien nahezu immer mit einem Gap, da einfach sehr viel Volatilität und Momentum entwickelt wird. Es sind stark kursbeeinflussende Nachrichten. Deshalb ist es von Vorteil zur Berichtssaison zu schauen, welche Aktien in der vorbörslichen Zeit am aktivsten waren. So kannst du einfach nachvollziehen, welche Aktien nun die größten Gewinner und Verlierer der außerbörslichen Zeit waren oder welche am aktivsten waren. Jeder gute Broker oder auch gute Screening-Software stellt diese Daten zur Verfügung. Eine andere Möglichkeit für das Pre-Market-Scanning, ohne einen Broker oder eine Chart-Software zu haben, bietet die Seite www.stockmarketwatch.com unter der Kategorie Pre-Market. Dann erscheint eben diese Liste hier. Ich nutze diese Quelle buchstäblich jeden Morgen. Sie gibt dir die Top 15 Gaper und ist kostenlos. Meine Morning-Routine, die besteht also darin, am Morgen zu checken, welche Aktien vorbörslich, also Pre-Market, besonders stark gestiegen sind oder gefallen sind. Dies ist oft ein Indikator für großes Interesse der Retail-Trader an jener Aktie. Ich überprüfe dann bei jeder Aktie mit relativ hohem Volumen, ob es einen Catalyst, einen Zünder gibt. In unserem Fall wissen wir, es ist Berichtssaison. So ein großes Unternehmen wie Nvidia, die habe ich natürlich auf dem Ticker und weiß dann Bescheid, dass an diesem Tag Earnings sind. Woher weiß ich das? Ich habe dir das gezeigt. Nasdaq.com, da kannst du eben gucken, wann welches Unternehmen Gewinnmeldungen zu verkünden hat. Trotzdem besteht meine Morning-Routine darin, jeden Morgen zu checken, welche Aktien vorbörslich besonders stark gestiegen oder gefallen sind. Denn es könnte ja eine Aktie vorbörslich besonders stark gestiegen oder gefallen sein, die ich gar nicht auf dem Radar hatte. Zum Beispiel auch durch Earnings. Und dann hätte ich einen nächsten Trading-Kandidat. Wir können jetzt auf dieser Folie sehen, dass Nvidia vorbörslich 11% zugenommen hat und auch das mit sehr großem Volumen. Und der Catalyst der Zünder bei Nvidia waren gute Quartalszahlen. Mit einem Ergebnis von 79 Cent je Aktie übertraf der Chip-Hersteller die Schätzung von 66 Cent deutlich. Auch beim Umsatz wusste Nvidia zu überzeugen. 1,94 Milliarden Dollar erlöste der US-Konzern im Berichtszeitraum. Und dass der Chip-Hersteller dann noch eine Schippe drauflegen konnte, unterstreicht eben die weiterhin ungebrochene Nachfrage nach Nvidia-Technologien. Das ist ein sehr gutes Quartalsergebnis, ein starker Ausblick. Das bedeutet, ich möchte diese Aktie auf jeden Fall auf der Long-Seite traden. Auf dieser Folie hier siehst du jetzt den Intraday-Chart von Nvidia. Und auch jetzt müssen wir hier die Entscheidung treffen. Reicht uns die Nachricht für den Einstieg oder schauen wir, was macht der Markt mit dieser Nachricht und wie entwickelt sich der Kurs? Ich bevorzuge letztere Variante, nämlich die Eröffnung abzuwarten und zu schauen, wie sich der Kurs entwickelt. Wir sehen hier eine Aufwärtsbewegung am Morgen, dann eine kleine Korrektur und wieder die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung in Richtung des alten Hochpunktes. Die Long-Order, die wird dementsprechend dann auf dem Hochpunkt hier platziert und das Stopp dann auf das letzte Verlaufstief. Ich wurde dann, wie du jetzt auf dieser Folie sehen kannst, auch am Hochpunkt abgeholt und die Aktie ist in eine saubere Aufwärtsbewegung übergegangen. Zum Handelsende, da hat die Aktie einen sehr starken Schlusskurs hingelegt. Das ist jetzt dieser Tag hier, den ich mit dem blauen Pfeil gekennzeichnet habe und wir sehen, es wurde extrem hohes, überdurchschnittlich hohes Volumen generiert. Kannst du dich daran erinnern, was ich im Theorie-Teil gesagt habe? Ich hatte gesagt, dass gute oder schlechte Quartalsergebnisse lange anhalten. Das bedeutet, man kann natürlich auch am nächsten Tag das Momentum zum Handeln nutzen. Diese Events erregen eine Menge Aufmerksamkeit bei den Marktteilnehmern und sind deswegen auch auf ihrem Radar. Man muss nicht unbedingt am Tag der Quartalsergebnisse handeln. Bevorzugen tue ich es trotzdem, da einfach an diesem Tag die Volatilität am höchsten ist. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, einen Folgetrade nach den Earnings umzusetzen. Die Amerikaner sprechen auch von Follow-Through Momentum. Und das Ganze habe ich mir in Form eines Red-to-Green-Setups zunutze machen können. Du siehst hier, auch an Tag 2 hat die Aktie mächtig zulegen können. Am nächsten Tag öffnet die Aktie also rot. Sie macht einen Dip nach unten. Es ist eine schwache Eröffnung. Normalerweise passiert das innerhalb der ersten Kerzen. Dieses Down-Gap, die schwache Eröffnung am Morgen. Nach einem starken Run ist einzig und allein den Profittakern geschuldet. Es sind Gewinnmitnahmen. Die Aktie taucht ein wenig nach unten und dann wird der Dip sofort aufgekauft und die Aktie geht in eine Aufwärtsbewegung über. Der Kurs, der läuft in Richtung Vortageschlusskurs. Das ist die grün gestrichelte Linie, die ich jetzt hier eingezeichnet habe. Und sobald die Aktie plus 0,1 Cent höher notiert und die Verluste wieder bereinigt wurden, bin ich ein Käufer in dieser Aktie. Also der Übergang von Red to Green. Das ist mein Einstieg. Der Stop wird dann dementsprechend auf das letzte Verlaufstief gesetzt oder hier auf das Zwischentief. Ein Red to Green Move ist vom Typ her einem Skype-Trade zuzuordnen. Es geht alles schnell vonstatten. Ein Skype ist im Wesentlichen ein Trade, den man für ein paar Minuten hält. Für 5 oder 10 Minuten. Das solltest du immer im Hinterkopf haben. Deshalb möchte ich bei diesem Setup mit einem CAV von 1 aus dem Trade aussteigen. Du siehst hier, ich habe dann bei einem CAV von 1 auch meine Gewinne mitgenommen. Hier auf dieser Folie, da habe ich nochmal den 5 Minuten Chart für dich, damit du dir ein komplettes Bild machen kannst. Das hier war Trade Nummer 1 und hier haben wir Trade Nummer 2 durch ein Red to Green Move. Dieses Down Gap hier, das wir zur Eröffnung gesehen haben, ist nichts anderes als eine Korrektur. Hier finden Gewinnmitnahmen in einem intakten Aufwärtstrend statt. Gestartet hat das Ganze mit dieser Aufwärtsbewegung, dann hat eine Korrektur gefolgt. Eine erneute Aufwärtsbewegung, Korrektur, Bewegung und eine erneute Abwärtsbewegung, eine Korrektur und dann wieder eine Aufwärtsbewegung. Wir sehen hier eindeutig eine Folge höherer Hoch- und Tiefpunkte. Es wurde hier keinmal der letzte Tiefpunkt gebrochen. Somit ist alles in Ordnung und der Aufwärtstrend intakt. Wenn wir uns den weiteren Verlauf betrachten, dann sehen wir ja auch, die Aktie nimmt es hoch hier raus. Ich habe hier mit einem CAV von 1 meine Position geschlossen, weil ein Red to Green Move vom Typ her einem Skypray zuzuordnen ist. Und das geht eben alles sehr schnell vonstatten. Deshalb eben ein CAV von 1. Wir sehen das Dip und dann die Aufwärtsbewegung. Das Volumen nimmt hier auch sehr stark zu, deshalb CAV von 1. Danach geht die Aktie in eine Korrektur über, testet das Vortrags hoch an und geht dann wieder in eine sehr starke Aufwärtsbewegung über. Wir sehen hier, wenn gute Quartalsergebnisse veröffentlicht werden, dann sind die Aktien wirklich sehr stark und es können sehr saubere Trends generiert werden. Nächster Earnings Trade, das ist die Aktie VRX, Wellen Pharmaceuticals und hier steht geschrieben, das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen. Wie du an diesem Chartbild sehen kannst, wurde das sehr positiv aufgenommen. Es wurde an diesem Tag, nachdem die Aktie hier explosiv ausgebrochen ist, ein Volumen von 120 Millionen gehandelten Aktien generiert. Das ist das Sechsfache des durchschnittlichen Umsatzes in dieser Aktie. Und wieder einmal der Beweis dafür, was solche Events an Volatilität und Momentum auslösen können. Auch bei diesem Trade habe ich einen Follow-Through-Momentum-Trade umgesetzt und das eben in Form eines Red-to-Green-Moves. Das hier ist jetzt Tag 2 und wir sehen, die Aktie eröffnet schwach am Morgen. Ich möchte hier in diese Schwäche reinkommen, um dann diese Aufwärtsbewegung nach oben mitzunehmen. Wechseln wir direkt in den 5 Minuten Intraday-Chart und auch hier dasselbe Spiel. Wir sehen ein Down-Gap zur Eröffnung und dann Schwäche. Die Aktie wird erst einmal abverkauft. Und danach, da stabilisiert sich die Aktie wieder und läuft in Richtung des Vortageschlusskurses, das auch mein Entry ist. Der Stopp wird hier auf das Verlaufstief gesetzt. Das hier, das Überschreiten des Vortageschlusskurses ist der Red-to-Green-Move und wir sehen hier eine explosive Ausbruchsbewegung und einen sehr hohen Volumenanstieg. Das ist ein heftiger und schneller Impuls nach oben. Das Volumen nimmt zu und ich kann dann mit einem CAV von 1 aus dem Trade gehen. Ein sehr schneller Trade zum Open. Einen schöneren Morgen als Trader kann man gar nicht haben. Hier habe ich erneut die Liste, welche Aktien vorbörslich besonders stark gestiegen oder gefallen sind. Bei den Top-Losing-Stocks sind mir dabei die Aktien Mackeys Inc. und New York Rite Inc. ins Auge gefallen. Weil sie eben vorbörslich sehr stark gehandelt wurden. Es ist sehr wichtig, dass du das eben siehst. Es sind beides Aktien, die vorbörslich extrem schwach unterwegs sind. Einmal knapp 12% und einmal knapp 9% im Minus. Und das eben in Begleitung mit sehr hohem Handelsvolumen im vorbörslichen Handel. Wir sehen hier, das Handelsvolumen ist sehr hoch im Vergleich zu den anderen Aktien. Das ist nämlich der Punkt. Das ist es, was wir Momentum Trader sehen wollen, das uns Dynamik verspricht. Starten wir als erstes die Trade-Besprechung mit Mackeys. Und ich habe hier auch wieder ein Screenshot von Finviz. Wir sehen, Revenues miss. Die Umsatzziele wurden nicht erreicht. Das ist eine negative Nachricht und löst eine starke Abwärtswelle aus. Wir sehen hier ein cleanes und sauberes Downgap und dann der direkte Abverkauf. Wir sehen auch hier zum Handelsende ein extrem hohes Handelsvolumen. Und die Vorzeichen, die hatten wir eben schon im vorbörslichen Handel gesehen, als die Aktie eben auch vorbörslich unter hohem Volumen stark gehandelt wurde. Deshalb hatte ich die Aktie auf meinem Radar und habe sie dann zur Eröffnung beobachtet. Ich warte dann wie immer die Eröffnung ab und schaue, wie sich der Kurs entwickelt hat. Es hat sich ein Opening Range Setup ausgebildet, das ich eben zum Einstieg genutzt habe. Das war mein Einstieg hier. Das heißt im Klartext, die Short Order wird hier am Eröffnungstief platziert und der Stopp auf das letzte Verlauf hoch. Ich wurde dann auch letztendlich ausgeführt und konnte eine schnelle Abwärtsbewegung mitnehmen, bis ich dann hier unten ausgestoppt wurde. Danach gab es aber eine weitere Möglichkeit, in die Aktie einzusteigen. Wir sehen hier diese Flatline, diese Bodenbildung und der Kurs, der ist über einen längeren Zeitraum diese Linie entlang gelaufen. Weiterhin sehen wir, dass eine stetige Abfolge tieferer Hochpunkte hier ausgebildet wurde. Diese Spanne, Handelsspanne wurde hier immer enger, bis eben dieses Pattern nach unten aufgelöst wurde. Das ist ganz klar Schwäche, was wir hier bei diesem Chartmuster sehen. Deswegen bin ich dann hier beim Durchbruch des Tiefpunktes hier dieser Flatline Short in die Aktie eingestiegen und meinen Stopp habe ich hier auf das letzte Verlaufstief gesetzt. Normalerweise ist der Momentum Trader in der Regel derjenige, so wie ich zum Beispiel, der interessiert ist, möglichst kurzfristig positive Performance zu erreichen. Mein Ziel ist es zum Beispiel, im 1-Minuten- oder 5-Minuten-Shut sehr schnelle Bewegungen mitzunehmen. Häufig dann schon nach 10 bis 20 Minuten aus dem Trade auszusteigen. Was ich aber noch sehr gerne mache, ist den Trade, den ich aus der kleineren Zeiteinheit aufgenommen habe, in die nächstgrößere Zeiteinheit zu transferieren, um eben diesen starken Abwesttrend, solange es geht, mitzunehmen. Wenn ich also im 1-Minuten-Shut einen Trade generiert habe und die Aktie einen wunderschönen Abwesttrend entwickelt hat, in dem kein Ende des Abgabedrucks in Sicht ist, dann ist es doch nur logisch zu versuchen, diesen Trend weiter mitzunehmen und zu reiten. Warum denn nicht? Ich nehme Teilgewinne aus meiner Position mit und gehe dann in die nächstgrößere Zeiteinheit, zum Beispiel vom Minuten auf den 5-Minuten- oder wie hier in den 15-Minuten-Shut, um dann einen wesentlich größeren Trend zu erwischen und mitzunehmen. Das ist der Sinn des Ganzen. Weil die Minute, die hat mehr Unterbrüche. Das heißt, wir können in 5-Minuten- oder wie hier im 15-Minuten-Shut davon profitieren, dass der Markt noch ein ganzes Stück weiterläuft. Was bedeutet das im Genauen? Wir sind zu Anfang mit einem kleinen Risiko von beispielsweise einem halben oder einem Prozent in die Aktie gekommen, haben bei einem CAV von zwei oder drei einen Teil glattgestellt und lassen dann die Restposition im nächstgrößeren Timeframe weiterlaufen. Die Folge dadurch ist, das sehen wir jetzt hier im Tageschart, dass unser Gewinn sich vervielfacht und das ist für uns Händler sehr wichtig. Denn eine Sache muss dir klar sein, es gibt nicht nur Gewinn-Trades im Handel. Verlieren, Verlust-Trades sind ein Teil des Spiels, auch wenn der Handel von Nachrichten sehr einfach zu duplizieren ist. Wenn man verstanden hat, welche News wir eigentlich handeln wollen und wie gehen wir damit richtig um. Aber auch hier wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Verlust-Trades konfrontiert werden. Deshalb brauchen wir durchschnittlich höhere Gewinne als Verluste. Wenn du das schaffst, kommt der Erfolg durch das Wunder der Statistik im Laufe der Zeit von ganz alleine. Nächstes Aktienbeispiel und auch hier das Chartbild der Aktie von New York Right ähnelt dem von Mackeys im Beispiel zuvor. Wir sehen auch hier eine schwache Eröffnung durch ein großes Abwärtsgap unterhalb dieser Unterstützungszone. Die Aktie wird dann direkt unter Druck gesetzt und auch hier sehen wir sehr hohes Handelsvolumen. Und verursacht wurde dieses Gap durch schlechte Quartalsergebnisse. Der Einstieg, auch hier ähnliches Bild wie vorhin, das heißt ich steige hier unten mit dem neuen Tief in die Aktie ein und den Stopp setze ich auf das letzte Verlaufshoch. Das hier ist ein Opening Range Breakdown. Wie du sehen kannst, haben diejenigen, die Intraday auf dem Minuten- oder 5-Minuten-Chart handeln, eine extrem gute Möglichkeit gehabt, sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. Das meiste Geld wird in den kleinen Timeframes verdient, wenn man es richtig macht. Kommen wir nun zum nächsten und letzten Trade. In der Meldung von Foodlocker, da steht geschrieben, dass die Sportartikel-Handelskette mit ihrem Gewinn je Aktie im ersten Quartal selbst die pessimistischen Markterwartungen verfehlt. Das sorgt für eine herbe Enttäuschung, das sich im Kurs widerspiegelt. Auch hier wieder ein großes Down-Gap und dann direkter Abverkauf mit sehr hohem Handelsvolumen. Wir können feststellen, wenn Nachrichten, Quartalsergebnisse in diesem Fall, sehr positiv oder sehr negativ ausfallen, Dynamik in die Aktie kommt, das wir als Momentum-Trader nutzen können. Ich habe in dieser Aktie zwei Trades gemacht. Trade Nummer 1, den habe ich direkt zur Eröffnung durch einen Opening Range Breakdown hier umgesetzt. Unter der Opening Range, da versteht man die Spanne, also die Range, zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Handelskurs eines Wertpapiers innerhalb der ersten paar Minuten nach Eröffnung. Die Markteröffnung, die gilt als wichtigster Moment eines Trading-Tages. Während der Eröffnungsphase eines Marktes ist das Kurspotenzial, welches man als Trader vorfindet, garantiert das größte im Tagesverlauf. Und in Kombination mit Nachrichten sorgt dies für teils heftige Kursbewegungen. Wir sehen hier zur Eröffnung, als ich abgeholt wurde, wurde die Aktie in einem Ruck extrem heftig abverkauft. Nach Trade Nummer 1 hatte ich noch eine zweite Gelegenheit, einen Trade umzusetzen, nämlich nach dieser Korrektur hier. Die Aktie, die bildet hier nämlich eine Abfolge tieferer Hochpunkte aus und testet dieses Niveau immer wieder an, bis sie eben hier nach unten ausbricht. Da bin ich auch eingestiegen, der Stopp kommt auf das letzte Verlauf hoch und ich trade dann den Trend, bis ich dann letztendlich hier ausgestoppt wurde. Trotzdem habe ich einen sehr guten Gewinn in dieser Aktie machen können. Ich habe zwei Trades umgesetzt und wir sehen hier eben, wenn Volatilität, wenn Momentum in Aktien reinkommen, dann gibt es sehr viele Trading-Möglichkeiten. Und deshalb ist es eben so spannend und schön, News-Trading zu machen, denn hier können wir wirklich große Performance erzielen. So weit, so gut. Dann bin ich jetzt auch mit der Präsentation durch. Ich denke, du hast jetzt einen guten Einblick bekommen von dem, was ich so täglich vor den Charts mache. Das war jetzt ein kleiner Teil zum Thema Momentum Trading, denn in diesem Video ging es insbesondere um den Handel zur Quartalsberichtssaison. Mein Ziel in diesem Webinar, in diesem Coaching war es, dir das Thema News-Trading, insbesondere der Handel zur Quartalsberichtssaison, näher zu bringen, weil wir durch diese Art von Trading die größten Chancen haben, die besten Möglichkeiten haben, aus einem Dollar zwei Dollar zu machen. denn da muss ich morgen ansehen, Und ich habe jetzt noch einmal den Aufmerksamkeit,